Ja anscheinend war da wer anderer zu Besuch bitte. Wann war denn der Herr Hansi Hinterseer da? Der war letztes Jahr am 14. September, am Tag vor der Malmertrieb war. Der ist ja da gesehen. Was haben Sie da gemacht? Da haben wir einen Film gedreht. Da haben wir eine schöne Sache aufgenommen. Und ja, der ist am Vormittag um 10 Uhr gekommen und da blieb er bis am Abend. Was steht da drauf? Für die Wurzachalm ich danke euch. Es war echt bärig. Alles Gute Hansi. Ja so kennen wir ihn ja, oder?